da sind wir wieder ich wollte dir doch bloß ein wenig liebe schenken und du schlägst mich da das hast du davon da das hast du davon sie hat mich geschlagen sie hat mich geschlagen da das ist die dicke gewesen guck hier 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 guck mal guck mal guck mal guck mal guck mal guck das ist sie das ist sie das ist sie na aus der pressekonferenz nein die ist eine dünne bei mir das ist bei dir eine dünne das ist bei mir eine dicke sag mal zwei dünne mit jacken was habt ihr für eine kinderstube ich muss mich erst mal abreagieren ja du schießt hey steck ein ja ich wollte aber jetzt sind dass ich wieder diesen schmull ihn denn schmeiß ihn weg bleib mal stehen war los das war weg ja such mal was wo wir uns verstecken können suchst du was ich muss ich würde gerade mal ein bisschen hier so ja ich guck wir sind doch hier im tunnel ist doch gut tunnel spiele ich muss uns erst mal auf der karte finden das ist ein problem die leute sich selber auf der karte zu finden weil er nicht eigentlich lokalisiert ist ist doof gemacht ich hätte gern gleichen friendly feier und rim jobs hier wo das ist so weit weg jetzt sehe ich aber wo wir wenigstens sind ob es ist in der nähe in friendly feier du fährst direkt darauf zu warte warte hier die straße und da die straße geradeaus die klein die andere wo die schnauze hinguckte ich kann doch ja die feier ja munition holen hä wo willst du hin verstecken das hätten wir doch in friendly feier machen können ich suche doch nichts ohne grund aus ich schlage jetzt die modepuppe hier nicht mit der panzerfaust hier drinnen ja so jetzt ist mir besser hier ist was zu kaufen kaufst du dir schon wieder klamotten nein die ist denn da haus draußen aber warum bist du denn schon wieder so weit weg ja weil du so lange brauchst kann ich auch nichts für na ich musste die püppi noch vermöbeln aber das ist doch wieder so weit und ich habe nur vier von vier handgranaten ich muss ein friendly feier und jetzt habe ich keine ausdauer mehr immer dieses gelaufe welches gelaufe er damit ja jetzt bin ich k.o. ich auch so weiter karte wie fordert man ein auto an telefon fahrzeug lieferung fahrzeug lieferung hierher damit das sind wieder bestellt für zeug ist egal krekkasch speed marioana ein taxi ja hast du echt ein fahrzeug bestellt das dauert aber lange ich habe ein fahrzeug bestellt ja ich sehe es so das habe ich nicht bestellt habe ich das bestellt habe ich das bestellt habe ich das bestellt ja 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 das habe ich bestellt kann man damit schießen weiß ich nicht hier geht's rum und hier ist mein friendly feier ich stecke ab tschüss so manche jungen kaufen ja man hört es hat mein roter geiler pavien arsch gut zugelt so das habe ich schon in der schule gelernt immer ausreichend munition dabei haben hier ist so eine amok fahrt könnten wir mal machen das hatten wir schon lange nicht mehr ne ach so ich muss ja sag mir im weg ja ich glaube erst mal geradeaus umdrehen umdrehen und dann geradeaus ja dieses geradeaus nein dieses geradeaus nicht geradeaus oh hier ist kammer ist offen koste bloß tausende zanderpump die tankstelle gekauft 100 pro stunde ja für 1000 geht in ordnung speichelvorgang kannst du mal auf mich warten nein ich muss mich fotografieren lassen als du geboren wurdest hast du das gesehen warte ich steig noch mal ab das war ja geil der abstieg warte 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 ich muss genau dahinter stehen glaube ich nicht und hier kann man es kaufen Ups. Echter, echter. Oh. Der ist aber teuer. 5000 bloß. Ja, für so einen abgewrackten Laden hier mit so einer bepullerten Werbung. Nein, ich will nicht in das Auto. Nein, ich will nicht in das Auto. Komm, bleib doch mal stehen, Bitch. So, jetzt kannst du los. Weiter geradeaus. Oh! Das sah ja lustig aus. Erst kam Motorrad um die Ecke gefahren und dann kamen von oben die beiden Passagiere geflogen. Wir sind zu weit. Zurück, 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 zurück. Hier ist doch die Operation. Da, das blaue Ding da. Ein Feuer, Samuel? Ja. Okay. Ja, das Leben ist scheiße, ne? Oh, hab ich dich gestört? Du hast dich gestört gehört? Ich wollte mich mit ihm unterhalten. Unterhalten? Oh, jetzt wieder. Unterhalten. Oh Gott, ich muss fahren. Zum Glück muss ich schießen. Oh, rase durch den Cyberspace und schieße auf Deckerziele, während du die Feier... Den Feier... Oh. Was planst du mit diesem Daten? Ich kann flaschen, durch ihre persönlichen Files, Datenbases und... Oh, was sind denn die Feierballs? Ich weiß gar nicht, worauf ich schießen soll. Ja, hast du mir letztens erst erklärt, auf die Panzer musst du schießen. Ist das obvious? Und, und die roten Dinger nicht? Nein, denen muss ich ausweichen. Nicht durch die roten Dinger fahren. Ja, hast du mal gesehen, wie viele das hier sind, gerade? Ja, denn... Nun, trotzdem musst du doch gar nicht durchfahren. Oh, wo bin ich denn jetzt? Uh! 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 Was ist denn das jetzt? Nee, ne? Ach komm. Was machst du denn da? Ich hab aber das Deckerziel erwischt. Du musst um die Kurve fahren! Ich fahr um die Kurve. Jaaaa! Das sieht so aus, als ob du um die Kurve fährst. Unsere Zeit! Oh nein! Oh nein! Oh! Haben wir verkackt? Ja, ach komm. Versuch mal. Wir haben verkackt. Das war auf einmal sauviel. Ich hab keinen Überblick mehr gehabt. Hattest du schon mal Überblick? Aber hab ich dir eigentlich schon heute gesagt? Ich hab mir von Knoblauchmutter gemacht. Ich muss mir meine Spielpartner besser aussuchen. Warum? Ja, wenn du mir so verrückt schießt, dann kann ich nichts sehen. Schieß doch erst, wenn du was Blaues siehst. Genau. Du musst aber auch so fahren, dass ich schießen kann! Ey, wenn du erst mal oben an der Decke hängst, dann hängst du da glaube ich irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich höre deine Tasten klappern! Echt? Ah, durch der durch! Fahr doch auf der anderen Seite lang! Ja! Oh, gut! Kratzu! 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 Ich hab ihn! Boah, bist du betrunken? Nee! Hab ihn! Da durch! Gut! Ich muss ja auch immer die Maus denn noch wieder mitführen hier. Ja, das ist doch... Ich hab ihn nicht erwischt! Ach nix! Fahr durchs Tor! Nicht durchfahren! Ja, hallo. Weißt du, wie schwer das ist? Ja, aber trotzdem kann ich doch brüllen. Ich mach alle Panzerputt. Ich bin der Panzerputtmacher. Oh, hier sind zwei. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, du schaffst es durchs Tor. Durchs Tor. Komm, 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 komm. Na, nicht durchs Feuer. Gut. Oh, scheiße. Oh. Komm, durchs Tor. Schießt du auch oder spielst du noch? Naja, ich sehe die immer noch im letzten Moment. Ich soll ja nicht schießen. Und ich muss auch immer ständig die Maus hinterherführen. Und wenn ich zu viel schieße, dann siehst du nichts. Alter, Schwede. Ja, weil ich dann bloß diese Explosionen habe auf meinem Bildschirm. Ja, ja. Glaub ich dir. Oh, Mädchen. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Oh. Ja, den. Ja, den habe ich jetzt im letzten Moment gesehen. Da konnte ich auch nicht mehr schießen. Mann, ist die langsam mal fertig oder irgendwas? Das ist langsam anstrengend. Ganz hin und her, Gefahr hier. Vorsicht, Vorsicht. Gut. Bei solchen Sachen ist echt Controllersteuer ungefragt eigentlich. Ich habe hier einen liegen. Ja, ich habe auch meinen Xbox-Controller liegen. Aber ich weiß nicht, ob das noch nicht ausprobiert wird, ob das geht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Nein. Oh, nicht. Geschafft? Nein. Hä, meinst du? Doch, geschafft. Oh. Wie haben wir denn das hingekriegt? Weiß ich nicht. Was sagt die Zeit? Oh, wir haben noch fünf Minuten. Ja, dann weiter. Oh, fuck. Ich dachte, ich hätte jetzt Respekt. 24. Oh, ich habe gerade mal 20. Ja, kannst du sehen. Ja, ich weiß aber nicht, warum. Wahrscheinlich cheatest du. Ja, ich kaufe mir öfter Klamotten. Das wird's sein. Was hast du denn hier gemacht? Guckt euch das mal an. Der zittert noch. Da spawnt man ins Spiel und dann sieht... Jetzt besteigt er die Leiche von hinten. Guck mal, guck mal, guck mal, was ich jetzt mache. Nein, ich gucke nicht. Doch. Ich habe einen nekrophilen Partner. Guck, guck. Das wird dich glücklich machen. So, jetzt ist gut. Jetzt wird's das Spiel wieder sinnvoll. So, Bargeld ist da. Schon wieder? Nö. Doch. Bei mir ja. Karte, was haben wir in der Nähe? Hier ist, was du kaufen. Rimjobs. Folge mich. Ich habe ein Fahrzeug besorgt. Ein Knüppelfahrzeug? Ein Torch. Ein Torch? Ein Torch. Ein Torch. Und so ein Torch wollte ich schon immer machen. Aua. Da. Steig ein. Nö, du hast mich angefahren. Hallo, Baby. Hier ist ein Don Samurai. Hallo, Schnuppi. Oh. Ja, wo ist denn nun dein Kaufladen? Du stehst direkt davor. Hier, hier? Ja. Ja. 5.000. Schnäppchen. 500 pro Stunde. Ja, war klar. Such mal was. Was machen wir jetzt ein schönes? Ist gar nichts Großes mehr, ne? Nichts Großes mehr. Hier können wir noch ein Gesichtschirung kaufen. Na, jetzt nichts kaufen, wo wir ein bisschen was verdienen. Wo wir ein bisschen was verdienen. Das haben wir noch nicht gemacht hier. Guck mal. Ich zieh gleich um die Ecke. Du brauchst nur aus dem Fenster gucken. Das ist schon wieder so eine Amokfahrt, wa? Ah, ist doch jetzt egal. Ne. Vandalismus. Das ist Vandalism. Oh, 500.000, bist du verrückt? Mit was? Ja, wieder. Mit Handgranaten? Ach so. Alles klar. Oh, jetzt bin ich selber geflogen. Oh, jetzt bin ich selber geflogen. Hier, der LKW. Schnell, der LKW. Schnell, der LKW. Ich lieg am Boden. Warum liegst du auf den... Er ist weg. Auf die nicht vorhandenen. Das verkacken will ich. Sowas von. Ich lieg schon wieder am Boden. Ja, hier ist so eine Blitzfrau. Oh, Mann. Er reagiert auch nicht immer gleich beim Handgranaten rausschleudern hier. Oh, 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 oh. Ich hab grad Schmerzen. Ah. Ich hab grad einen Wadenkrampf. Hast du Schmerzen? Schmerzen in der Pupersen? Ah, ein Letzby. Wir erledigen jetzt so einen Hubschrauber. Ich hab einen Wadenkrampf. Im Reallife? Ja. Wie spielst du denn? Ich benutze die Hände für die Tastatur. Ich in der Gewohnheit auch, aber irgendwie hat's die Waden missbraucht. Alter Schwede, das wird auch nix. Ich bin gehandicapt. Jetzt reicht mir das hier. Bringt der Hubschrauber. Bringt der Hubschrauber auch Geld? Ich hatte Boris Becker zum Mittag. Das ist der Nachteil. Du hattest Boris Becker zum Mittag? Genau. Besenkammer. Ah, Mann. Warum steckt denn der die Waffe nicht ein? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Jetzt behält er die blöde Panzerfaust in der Hand. Da hab ich auch unendlich. Oh, das ist ja toll. Ey, das sehe ich jetzt. Das ist viel sinnvoll, der so eine Panzerfaust. Habe ich jetzt auch was gesehen, nachdem du es gesagt hast? Panzerfaust scheint mir doch sehr sinnvoll. Ja, halt jetzt bringt das was. Oh, ey, scheiß Krämpfe. Oh, hier kommt ein Grobi. Na, hier ist doch ein Grobi. Bist du nicht bei mir? Der ist doch schon kaputt. Nö. Der Grobi liegt da. Achso, das bist du. Ja, das war ich ja jetzt auch. Weil ich war ja fleißig, bewundere mein Werk. Oh, ein Hubschrauber. Ja, mit dem Ding kriegen wir bloß keine Kombis, ne? Oder? Keine Ahnung. Huch. Ich höre schon wieder einen, da oben. Damit es verkacken, dann beende ich die Folge für dieses Mal. Ja, ist richtig. Reicht denn auch für heute, ne? Denn das ist ja auch wieder eine etwas längere Session, denn. Ja, ja, genau. Da hinten ist ein Grobi. Siehst du? Ne, ich habe jetzt gerade woanders hingeguckt. Ich habe ihn. Der Grobi hat 100 Punkte gebracht, ey. So eine fette Sau. Und dann bringt die nicht mal was. Der Ringschuhm-Zandy hier, die hat mir 110 gebracht. Oh, du hast ein bisschen Flammen gefangen. 212, das ist nie zu schaffen so. Ne, wahrscheinlich machen wir irgendwie was noch richtig falsch dabei, glaube ich. Irgendwie so. Ja, wahrscheinlich. Die Beds. Oh, hier kommt mir uns einer entgegen. Ja, genau der. Hast recht, du. 100 bringt der. Ja, sag ich ja. Die Hälfte haben wir gerade mal. Das ist eine Begrüßung. Hier ist noch ein Hubschrauber. Das wird nichts. Hubschrauber bringt 13.000. Ja, dann musst du es auch genügend von haben, dann. Ja, ja. Ich meine, wir haben knapp über die Hälfte geschafft. Ja, ein bisschen mehr. Du, so ein kleiner Gegner mit Pistole bringt ja mehr als so ein Grobi. Ja. Na, okay, wir machen denn hier Pause, ne? Genau. Okay, Leute, bis das nächste Mal dann versuchen wir es vielleicht nochmal. Oder vielleicht auch später. Oder vielleicht auch gar nicht. Je nachdem, wie ihr es wollt. Oder so. Genau. Okay, Leute, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.